Musik 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 Kantmachung Heute, am Fasnetz-Sontag, findet unser traditionelles Darausschreier nicht statt. Die Gründe dafür sind hinlänglich bekannt. Des Weiteren gibt die Darausschrift Kund zu wissen, dass Jedes Kind aus der Sulgemer Kindergarten, der Bertha-Hummel-Schule und die Grundschüler von der Eicher-Schul von der Darausschrift, wenn sie wendt, ein Päckle-Gurzler als Ersatz für das ausgefallene Darausschreie kriege dennt. Die Gurzler waren über Kindergarten und Schule verteilt. Jedes Kind kann es in seine Einrichtung, wenn sie immer wieder offen hat, abholen! Der Oberbüttel!